Ja, mein Name ist Johann Lafer und die mich nicht kennen, ich bin Koch aus Leidenschaft. Zum einen in den Restaurants, aber zum anderen im Fernsehstudio und ich kann euch sagen, ich koche jetzt seit 85 im Fernsehen und was sich da verändert hat und jetzt endlich habe ich was gefunden, was es so toll für mich macht, gut auszusehen und auch das Essen. Nämlich hier diese ProLight ECL-Panels und zwar, warum? Die haben erstmal natürlich die ganzen verschiedenen Farben, aber noch viel besser für mich sind diese Weißabstimmungen. Also so nuancenreich, da sieht das Essen total lecker aus, ist wirklich was Besonderes. Ich kann euch sagen, das muss so sein, denn ihr müsst ja zu Hause vorm Gerät Lust bekommen, das genießen zu wollen. Und dann, was auch praktisch ist, ich bin kein Techniker, ich bin Koch, aber wenn mal wenig Personal da ist, dann sagen die zu mir, komm, mach das doch selber. Da oben sind drei Knöpfe, ganz einfach zu bedienen und schon hast du das perfekte Licht. Wie sagt man so schön, man kann nur aus etwas sehr Guten, was außergewöhnlich Gutes machen. Und ProLight ECL-Panels helfen mir dabei. Also ich kann nur sagen, Leute, Gott sei Dank, die Technik hat sich weiterentwickelt und der Koch ist glücklich. bis zum nächsten Mal. Also ich kann nur aufeinigen Gutes machen, wo es sein, wenn man nur aufsonstiert sein kann, Also ich kann nur aufsätze und dauernd sein können, wenn man nur aufsonstiert sein kann, das ist glücklich. Und das ist glücklich. Und das ist glücklich.